Entdecken Sie neue Sphären des Reisens. Entdecken Sie die neue Van-Baureihe Admiral. Mobil Veta folgt weiter seiner Mission, der Synthese von Design, Ästhetik, Leistung und Technischer Innovation. Mit der neuen Admiral-Baureihe kompletiert Mobil Veta nun das Portfolio im Segment Premium Vans. Admiral, die neue Van-Baureihe von Mobil Veta. Erleben Sie das luxuriöse Ambiente, die unvergleichliche Atmosphäre sowie den maximalen Wohn- und Schlafkomfort hautnah. Admiral ist Emotion, Passion und Performance. Technisch und konstruktiv auf höchstem Niveau, Grad-3-Zertifizierung der technischen Thermoisolierungskategorie sowie hochdämmende Schallisolierung durch den Einsatz von robusten und qualitativ hochwertigen Materialien. Italienisches Yachtdesign kombiniert mit modernen Stilelementen bis ins kleinste Detail. Admiral, gönnen Sie sich ein Van-Erlebnis der Extraklasse. Auf Fiat Ducato aufgebaut, bietet die Baureihe Admiral drei innovative Innenraumkonzepte. Der Admiral K 5.1 ist bei einer Gesamtlänge von 5,99 Meter mit einem klassischen Doppelquerbett im Heck ausgestattet. Der 6,36 Meter lange Admiral K 6.3 bietet mit den komfortablen Einzelbetten im Heck reichlich modulare Ladekapazität. Beim 6,36 Meter langen Admiral K 6.5 kann dank dem elektrischen Hubbett im Heck bei Bedarf die Raumaufteilung besonders flexibel gestaltet werden. Ein Van mit Expertise. Admiral ist das Ergebnis von über 20-jähriger Herstellererfahrung, ausgerichtet an den aktuellen Trends sowie den Bedürfnissen und Erwartungen unserer Mobilvetna-Kunden. Dies macht den Admiral zum idealen Van für jeden Einsatz, ob es sich um einen spontanen Ausflug oder einen langen Sommer- oder Winterurlaub handelt. Durch den Einsatz von hochwertigen Materialien gewährleistet der neue Admiral eine perfekte Isolierung. Die Innenseiten der Wände sind vollständig mit Polyesterfaser ausgekleidet und mit Aluminiumfolie überzogen, damit jegliche Wärmebrücken vermieden werden. Dies wird durch eine unterbrechungslose Isolierung an Wänden, Dach, Boden, Luken und Hohlräumen gewährleistet. Eine weitere Schicht aus wasserabweisendem Material kleidet die Innenseite der Wände aus, die mit der Alufolie in Kontakt sind. Die Abwassertanks sind isoliert und mit einer Frostschutzsonde ausgestattet. Mit Stoffgewebe bespannte Wände und Dach sorgen für angenehme Wärme im Aufbau und isolieren vor Außeneinflüssen. Gepolsterte Panelen an den Fenstern und der Dachluke schützen vor Zugluft. Das Wohngefühl an Bord wird durch geräuschreduzierende und innovative Lösungen optimiert. Dank der Noise Reduction Experience Technologie wird die Fahrt zu einem echten Vergnügen. Dieses Konzept umfasst einen besonders starken PVC-ummantelten Boden, ein schallabsorbierendes Mikrofaserdach mit Schaumstoffeinsätzen und gepolsterten Panelen an den hinteren Fenstern. Erleben Sie Entspannung pur, unterwegs oder während Ihres Aufenthalts am Urlaubsort mit Ihren Liebsten. Leben Sie Ihre Träume mit neuer Inspiration und neuen Horizonten. Genießen Sie die Freiheit mit dem serienmäßigen Panoramadach. Neben der hervorragenden Aussicht bietet diese große Dachluke viel natürliches Licht im Innenraum. Ihre Privatsphäre wird durch die Möglichkeit einer Verdunkelung gewahrt. Die Baureihe Mobil Vita Van ist mit vielen Farben erhältlich, hier zum Beispiel in einem eleganten schwarzmetallig oder serienmäßig in einem schicken Weiß. Alle Versionen bieten die beste Serienausstattung und sind mit einem 140 PS Motor, einer manuellen Klimaanlage, Fahrer- und Beifahrerairbags, Traction Plus und Hill Control sowie 16 Zoll Rädern mit Leichtmetallfelgen versehen. Das Exterieur bietet eine lackierte Stoßstange vorne und einen glänzend schwarzen Kühlergrill mit Unterfahrschutz, elegante Sides S7 Fenster, Heckscheiben im Automobilstil, eine Schiebetür zum Einstieg mit elektrischer Trittstufe und Fliegengitter, eine externe Steckdose und einen externen Wasseranschluss für eine Außendusche. Ein Konzept, das immer neue Emotionen weckt und ein Bekenntnis zur Qualität, wie man es von Mobil Vita gewohnt ist. Eine kreative Innengestaltung mit flexiblen Aufteilungen und der perfekten Harmonie zwischen geraden Oberflächen und geschwungenen Formen. Der unverwechselbare Stil, der von den Holzmaserungen bis zu den glänzenden Laminaten reicht, vereint klassische mit modernen Elementen, für eine harmonisch lineare Inneneinrichtung im Yacht-Design. Dabei steht besonders der Komfort an Bord im Fokus. Genießen Sie das außergewöhnliche Schlaferlebnis an Bord des Admirals mit Memory-Form-Matratzen mit antibakteriellem Gewebe, 3D-Bettenroste, Schutz und Isolierung durch Soft-Touch-Wände und Dach sowie gepolsterten Panelen an den Fenstern. Das Wohlfühlambiente wird durch clevere Ablagen und hochwertige Audiolautsprecher ergänzt. Komfort und Technologie der Premium-Klasse. Der Korpus der Hängeschränke sorgt mit einem verstärkten Boden für Festigkeit und Beständigkeit. Entsprechende Schlitze an der Unterseite und in den Einlegeböden gewährleisten die erforderliche Belüftung. Die Küche vereint Ergonomie und Zweckmäßigkeit. Abgerundete Eckprofile, geschwungene Linien, integrierte Nischenbeleuchtung mit LEDs. Das Design schafft funktionale Unterteilung, damit alle Aktivitäten ungehindert und im maximalen Komfort ausgeführt werden können. Das Waschbecken ist durch das Verschieben der Arbeitsplatte leicht zugänglich. Darunter ein geräumiger, ausziehbarer Korb mit Edelstahleinlagen, der von innen und außen zugänglich ist. In die Küchenarbeitsplatte aus elegantem Acrylstein ist das Spülbecken integriert. Für Platz sorgen drei Körbe und ein großer Hängeschrank mit Innenbeleuchtung, die beim Öffnen automatisch eingeschaltet wird. Die Bodenplatte und die Seitenpaneele der Hängeschränke sind aus hochwertigem, antibakteriellen und leicht zu reinigendem Hochdrucklaminat HPL, das wasser- und hitzebeständig sowie kratzfest ist. Softwatch-Wände und Dach schaffen eine geräuscharme und isolierte Umgebung. Genießen Sie Ihren Urlaub und erobern Sie die Welt um Sie herum. Der Urlaub in Ihrem Premium-Van wird dank der bequemen Sitze mit verstellbaren Kopfstützen und dem großen Seitenfenster zum reinen Fahrspaß. Im Wohnbereich fasst eine Kunstlederverkleidung die Dachluke und das Panoramadach ein. Der abgerundete Tisch kann bei Bedarf aufgeklappt werden, damit sie noch mehr Platz haben. Für den Einsatz im Außenbereich kann er am Fahrzeug eingehängt und mit einer Verlängerung versehen werden. Im Handumdrehen. Durch das innovative Schwenkbad kann man die Räume mit nur wenigen Griffen trennen. Nur Toilette, nur Dusche. Die Toilette ist eine der geräumigsten in der Kategorie der Van-Fahrzeuge. Alles ist groß bemessen. Das feste Waschbecken, drei Hängeschränke, vier Ablagen, beste Beinfreiheit und besonders viel Platz in der Dusche. Mit der Verwendung einer herabgesetzten Duschwanne fließt das Wasser gut ab und die Duschwannenabdeckung ermöglicht das Begehen auch bei nassem Boden. Die Mischarmatur ist über einen praktischen Hebel zu bedienen und kann leicht nach oben oder unten verstellt werden. Der mit Magneten versehene Duschvorhang kann leicht abgenommen und zum Trocknen im Außenbereich befestigt werden. Ein Fenster sorgt für optimale Belüftung und Licht. Der Admiral K 5.1 bietet bequeme Schlafgelegenheiten und einen beachtenswerten Stauraum. Darüber hinaus kann das hintere Bett angehoben werden und bietet somit mehr Platz für Fahrräder, Gepäck oder sperrige Gegenstände. Wie bei allen Modellen dieser Baureihe steht auch hier das optionale Aufstelldach für zwei zusätzliche Schlafplätze zur Verfügung. Das Modell Admiral K 6.3 bietet auf 6,36 Meter Länge zwei hochklappbare Einzelbetten, die einen wirklich maximalen Stauraum garantieren. Der Innenraum ist auf das Maximum optimiert und schafft ausreichend Platz für alles, was man braucht. Der Doppelboden kann für ein modulares Stauvolumen entfernt werden. Je nach Bedarf ist ein zusätzliches Kit erhältlich, drei herausnehmbare Schränke, die je nach Bedarf montiert und demontiert werden können. Der Grundriss des Admiral K 6.5 bietet auf einer Länge von 6,36 Meter ein über ein Gurt-System elektrisch bewegbares Hubbett. Bei abgesenktem Bett weist die Garage eine Nutzhöhe von 75 Zentimeter auf, die bei vollständig hochgefahrenem Bett auf 130 Zentimeter ansteigt, damit der Platz voll und ganz den Bedürfnissen angepasst werden kann. Selbstverständlich ermöglicht diese Lösung auch die freie Wahl des für den Schlaf gewünschten Freiraums. Die zusätzliche Abdeckung aus rutschfestem Riffelblech schützt den Boden und mit der zum Lieferumfang gehörenden Rampe kann ein Fahrrad oder ein Roller einfach an Bord geladen werden. Admiral start your experience Riffelblech zerstört. Vielen Dank.